Es liegt ein spannendes Wahlwochenende hinter uns. Die Hessen haben die kommunalen Parlamente in den Städten und Gemeinden, aber auch in den Kreistagen gewählt. Nichtsdestotrotz, die Arbeit im Landtag muss natürlich weitergehen. Und so treffen wir uns in dieser Woche wieder an drei Plenartagen, um dringend anstehende Gesetze, Initiativen, Anträge, Anfragen zu beantworten. Wir werden uns unter anderem mit dem sogenannten Landesaufnahmegesetz befassen. Hier gibt es Erfreuliches zu vermelden, dass nämlich die regierungstragenden Fraktionen mit der SPD im Übrigen auch die Pauschalen für die Kommunen erhöht haben, sodass also die Kommunen, die Flüchtlinge betreuen, mehr Geld als bisher bekommen. Darüber hinaus werden wir uns als CDU mit einem Setzpunkt mit der Schuldenbremse in Hessen befassen. Wir werden hier noch einmal deutlich machen, dass wir gerade wegen der nachfolgenden Generationen an unserem Ziel, massiv an der Schuldenbremse zu arbeiten, weiterarbeiten werden. Dass wir dort eben keinen Rückschritt machen werden. Und am Donnerstag werden wir uns in einer Aktuellen Stunde mit dem Tourismusstandort Hessen befassen. Auch hier gibt es Erfreuliches zu vermelden. Hessen ist bei den Touristen so beliebt wie noch nie und so soll es auch bleiben. ich komme dann mal nach der Greensproduzentate, Und dann wird das Sozialsystem über Nach комп Absolventijs